Ich wäre so gerne daheim in Texas, in Texas. Hä? Was ist denn hier los? Wo sind denn alle hin? Spongebob? Patrick? Spongy? Patrick? Ja, hallo? Hier ist Sandy. Okay. Ach so? Aha? Comic-Con? Ja, natürlich kenne ich meine deutsche Stimme. Was für eine Frage. Na, weil ich gerade Deutsch mit dir spreche, du Genie. Ja, okay, ich bringe sie mit nach Dortmund Alles klar, tschö Nun, wisst ihr, wen ich da mitbringen werde? Das wird euch heute Abend verraten Also bis später, eures Handy